Ja, noch ein Versuch. Hier ist wieder Klaus. Diesmal mit Rite Sound und Rite Light und Autofokus, ob der mich jetzt erkennt, der ranfährt, ist nicht zu erkennen. Da habe ich den Autofokus ausgeschaltet. Eigentlich sollte der mich nicht wahrnehmen können. Der andere, der Kleine, der 500er, der macht das Subtrein an das Gesicht. Warum der das nicht kann, weiß ich nicht. Ich darf hier auch gar nicht so viel verändern, sonst ist dann der Hintergrund nicht mehr da. Ja, also das sind die neuen Herausforderungen durch ein Studio, durch ein sogenanntes Fotostudio. Okay, Leute, hier bekommt der Sendung nichts mit.